Ich spenn nur noch kurz Puzzle aus. Ne, das lass mal. Das mach ich schon. Seh zu, dass du zur Schule kommst. Endlich hatte ich es im Griff. Und dann hab ich diese... Nochmal. Ja, sie hat heute. Sie hat heute. Weißt du, dass du zu? Nein. Emma, Emma. Alles in Ordnung? Ich hab meinen Text vergessen. Was macht die hierher? Was ist hier los? Und was macht die da oben? Die anderen Kinder haben sie wohl geärgert. Aber das ist doch gefährlich. Die Leiter ist da verrostet. Und die ist ganz gefährlich. Und ich hol jetzt sofort die Polizei. Und die darf überhaupt nicht da runter. Quatsch. Das war super. Bitte. Ich schaff alles. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, Kleine. Komm, lass mal den Macker raushängen. Und... Ihr schon wieder anfangen zu spielen? Und bitte. Ich schaff alles. Ganz vorsichtig, Kleine. Freunde für immer. Gemeinsam durch die Zeit. Wir sind Gewinner. Ein Abenteuer bei.